Grüezi! Ich habe euch hier unsere Kle-Minibar Wemmer 250. Sie hat 435 cm Höhe. Die Nase ist sehr klein und passt auch in sehr viele Möbel hinein. Wir haben innen drin einen Tabler. Wir bringen Büchse hinein. Wenn wir das Tabler herausnehmen, könnt ihr die 1,5 Liter PET-Flasche hineinstellen. Der Tabler ist hier in verschiedenen Rastern einstellbar. Wir nehmen hier unsere Cola-Flasche heraus. Wir haben ein Anschlusskabel dazu. Die Minibar sieht folgendermassen aus. Wir haben unser Kocherrohr, das normal ist bei der Absorbertechnik. Wir haben hier unten theoretisch den Anschlusskasten, den wir bei diesem Gerät demontiert haben. Und der Thermostat, denn hier ist eine Änderung drin. Das Anschlusskabel, wir haben den Schweizer Stecker und auf dieser Seite den Stecker, der hier drauf führbar. Ich hoffe, euch gefällt so eine kleine Minibar. Sie wird bei uns in Italien gefertigt. Auf Wiederhören! Ich habe bei uns in Italien ge adequiert. Und wir haben einen neuen Tatort. Vielen Dank.